Wir wollen euch heute mal eine schöne Aktion vorstellen. Und zwar haben die Kinder hier die Straße angemalt. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Und wir haben anschließend auch noch Kegel aufgestellt und sind mit den Fahrrädern dann ins Ladum durchgefahren, haben so ein kleines Sicherheitstraining gemacht. Alle Kinder haben Warnwesten bekommen. Und wir haben mit Inlineskatern und Fahrrädern diesen kleinen Parcours absolviert. Und das Ganze hat den Sinn, wir sind vor kurzem mal durch den Wald spaziert und da ist uns aufgefallen, dass wir überall Müll gesehen haben. Selbst in der Natur, überall lag Müll rum. Direkt im Wald, sogar am See. Und da haben wir gesagt, da wollen wir was unternehmen. Und ich habe jetzt Eimer gekauft und so Sammler, die Grillzangen machen sich da immer gut. Auch für die Kinder. Und unter dem Motto Naturschützer auf Rollen haben wir dann unsere Freude verbunden mit dem Nützlichen. Und die Kinder durften ihre Westen selbst gestalten. Hier sieht man, wie kreativ sie das gemacht haben. Jede Weste sieht anders aus, mit Name drauf und Blumen. Und dann sind wir losgezogen mit den Fahrrädern, direkt in den Wald rein mit den Kindern. Und es hat einen riesen Spaß gemacht. Denn die Kinder haben ruckzuck ihre Kisten nach voll gemacht und haben den Erfolg gespürt, wie schön es ist, die Natur sauber zu halten und alles schön zu machen. Und in der Gemeinschaft den ganzen Müll da zu transportieren. Schaut mal hier, hat er seinen Cat Car voll gemacht, der eine von uns. Und anschließend haben wir dann die ganzen Müll in die Säcke reingemacht. Da hat auch die Fervor mitgeholfen. Wir haben da wirklich ein paar Säcke zusammenbekommen. Und das war einfach eine ganz tolle Aktion, an die wir uns alle gerne zurückerinnern. Und das war einfach eine ganz tolle Aktion.